Leiten wir damit elegant über zu Kollegah. Was macht der eigentlich? Ja, im musikalischen Bereich ist da momentan weniger zu hören, denn Kollegah hat seit Februar einen neuen YouTube-Kanal und der läuft unter seinem bürgerlichen Namen Felix Blume. Und in diesem YouTube-Kanal gibt er ein Training oder eine Art Coaching für Körper und für Geist. Dass das eher geistlos ist, kann sich wohl jeder denken und deswegen hat sich Wolfgang M. Schmidt mit Vergnügen damit auseinandergesetzt. Hey Alphas, ich will euch jetzt noch ein bisschen Knowledge mit auf den Weg geben. Also erstmal aufstehen, aufstehen, denn Erfolg stellt sich nicht einfach so ein. Ihr müsst das Saatgut erstmal säen und dann könnt ihr nachher ernten, dann könnt ihr sehen, wie da tolle Knospen erblühen. Ich meine, ihr kennt das ja auch und ich weiß es ist auch so von mir selbst. Man ist so in einem Hamsterrad gefangen. Ja, es dreht sich einfach immer weiter und man denkt, scheiße, ich muss da irgendwie rauskommen. Und viele sind da, denke ich, an einem ganz ähnlichen Punkt und kennen die Perspektive. Und ich sage euch, ihr könnt das schaffen. Ihr müsst aber, und das ist wirklich das Wichtigste, das Feuer in euch spüren. Ja, das Feuer, das ist echt das Wichtigste. Wenn ihr das mal so entzünden könnt und dann könnt ihr so richtig krass durchstarten und dieses Feuer, das löscht dann auch keiner mehr. Aber ihr braucht diesen Willen, ja, ich schaffe das, ich kann erfolgreich werden. Und Alphas, wir holen uns jetzt einfach das, was uns zusteht. Denn wir sind eine Community und ich, ich stehe euch zur Seite. Verzeihung, aber ich habe mir in den vergangenen Tagen einfach zu viele Kollegavideos angesehen. Es herrscht große Unruhe unter dem Himmel. Für dubiose Lebenscoachs ist die Lage deshalb ausgezeichnet. Coachings gibt es ja heute für alles, für die einfachsten Dinge des Lebens. Menschen geben ein Vermögen aus, um das zu erfahren, was eigentlich jedes Kind weiß. Doch würden diese Menschen und auch die Coaches das niemals zugeben. Gesucht wird hier immer nach einem vermeintlichen Geheimrezept. Wenn man dies und das befolgt, dann, dann wird man wirklich erfolgreich. Daher wundert es auch nicht, dass der Rapper Kollegah, der in Anbetracht seines beschränkten musikalischen Talents eine wirklich erstaunliche Karriere hingelegt hat, nun auch unter die Coaches geht. Jetzt hat er unter seinem bürgerlichen Namen Felix Blume einen zweiten YouTube-Kanal eröffnet, in dem es nicht um Hip-Hop geht, sondern er will seinen Fans helfen, auch so erfolgreich wie er zu werden. Das deutete sich schon im vergangenen Jahr an. Da veröffentlichte er ja das Buch Das ist Alpha, die zehn Bossgebote. Und schon jetzt sehnt man sich nach den Zeiten zurück, in denen Kollegah einfach nur gerappt hat. Der unbeugsame Wille, es schaffen zu müssen, wenn ihr dieses Feuer zum Lodern kriegt und weiter brennen lasst und immer nachfüttert mit neuem Holz, dann werdet ihr erfolgreich, egal wie ihr auf diese Welt gekommen seid und egal in welcher Situation ihr gerade jetzt seid. Das schwöre ich euch. Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Das einzig Entscheidende ist das Feuer. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man dieses Feuer entfacht? Der Anfang ist das Schwerste. Wenn du in den Wald gehst, Feuerholz suchst und du hast nur zwei Steine oder verzweifelt versuchst, Funken draus zu machen, damit dieses blöde Holz anfängt zu brennen, dann weißt du, wie schwer der Anfang ist. Mach das mal. Wie so oft im Hip-Hop handelten seine Lieder vom Aufstieg, vom Erfolg. Davon eben, dass man es geschafft hat. Die Songs sind im Prinzip wie Carsten Maschmeyer, nur mit mehr Bling-Bling und einem pseudo-rebellischen Gehabe. Vorstandsvorsitzende und Topmanager unterscheiden sich von Hip-Hopern wie Kollegah eigentlich nur dadurch, dass sie ihren Reichtum etwas dezenter inszenieren und nicht vorgeben, Revolutionäre zu sein. Angepasster als Kollegah aber könnte man eigentlich nicht sein. Er ist das neoliberale Projekt Ich-AG. Er hat das vollkommen internalisiert und er macht daraus jetzt ein Modell. Er verkauft jetzt dieses Konzept an andere. Nach dem Prinzip Fordern und Fördern verspricht er seinen Fans, die er stets als Alphas anspricht, dass jeder es schaffen kann, wenn er nur hart genug an sich arbeitet. Vollkommen ignoriert er dabei aber soziologische Erkenntnisse, neue soziologische Erkenntnisse, dass dieses Aufstiegsversprechen, das es einmal in der Bundesrepublik gab, dass man sagen konnte, ja, wer sich anstrengt, wer sich um Bildung und so weiter bemüht, der kann tatsächlich eine Karriere hinlegen, dass dieses Aufstiegsversprechen eigentlich nicht mehr gilt. Der Soziologe Oliver Nachtweih spricht deshalb auch von einer Abstiegsgesellschaft, in der wir leben. Aber Kollegah sagte einfach weitermachen, kämpfen, 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 dann kann man auch erfolgreich werden. Wie das funktioniert, zeigt er zum Beispiel dann auf seinem Kanal in Fitnessvideos. Kollegah will Fett verbrennen, Kilos verlieren, Muskeln aufbauen. Immer wieder gibt er dann Updates, wie weit er dabei schon ist. Immer steht dabei die Denkweise im Vordergrund, Erfolg ist direkt messbar. Das Fitnessstudio ist ja in der Tat einer der letzten Orte in der westlichen Welt, in der noch hart körperlich gearbeitet wird, während ein Großteil der physischen Arbeit verschwunden ist, beziehungsweise outgesourced wurde. Der Trainings- und Ernährungsplan aber wird nun auf die Geschäftswelt übertragen. Ähnlich wie Muskeln legt uns Kollegah nahe, wächst auch der Erfolg, wenn man stetig daran arbeitet, wenn man früh aufsteht und sich keinesfalls gehen lässt. So, heute sind wir wieder fürs Beintraining, haben wir uns eingetragen heute wieder. Und man sieht auch schon jetzt schon die Kraftzuwechsel nach einer Woche, denn diese Versace dafür weg, kriege ich jetzt schon mit etwas Gewalt hier in den Spinn rein. Jawohl. Was da vorläuft. Also, das ist hier Woche 2. Gestern haben wir euch schon mal gesagt, ja, hallo hin, von euch da draußen, wenn der Wecker klingelt, müsst ihr aufstehen, nicht auf den Snooze-Button drücken. Diese Erfindung ist der Teufel. Die Erfindung des Snooze-Buttons ist der Teufel. Wenn ihr da einmal drauf drücken morgens, dann macht ihr das den ganzen Tag über. Dann seid ihr auch programmiert auf Verschieberitis. Und wer Sachen verschiebt, der verpennt sein Leben. Der macht es ja irgendwann gar nicht mehr. Wir sind in Woche 2, wir haben schon 5 Kilo runter. Habe ich heute Morgen gemerkt. Läuft doch. Die meisten Menschen und auch die vielen Fans von Kollegah arbeiten ja in ganz gewöhnlichen Angestelltenverhältnissen. Und sie sind dort auch fleißig und sie gehen zur Arbeit und sie lassen sich nicht hängen. Und wenn sie sich anstrengen, dann können sie vielleicht ein kleines Stück Erfolg haben, indem sie vielleicht einmal noch befördert werden, zweimal befördert werden. Doch dieser Reichtum, den Kollegah da verspricht, den kann man ja gar nicht als normaler Mensch erreichen. So ist das System ja angelegt, dass das eben nicht passiert. Nicht plötzlich, wenn man sich anstrengt, wird man mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen können oder wird Millionär. Kollegah erarbeitete sich seinen Erfolg ja auch nur bedingt, muss man sagen. Die Anstrengung bleibt ja bei einem Künstler immer dieselbe, ob die CD nun 10.000 Mal verkauft wird oder eine Millionen Mal. Kollegah aber inszeniert sich als der große Rebell, der schon von klein auf immer unkonventionell und anders dachte und natürlich auch in der Schule schon ganz anders war. Da sagt er zum Beispiel, dass er eigentlich da gar keine Lust drauf hatte, dass er immer darunter gelitten hat, weil die Schule so uninteressant war. Er sagt dann drei Jahre hintereinander, der Satz des Pythagoras und das Dritte Reich, das hätte ihn überhaupt nicht interessiert. Nun, bei Letzterem muss man sagen, da hat der kleine Felix offenbar wirklich nicht so gut aufgepasst. Das hat sich ja in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt. Auf perfide Weise wendet sich Kollegah an mehr oder weniger verzweifelte Personen. Wie ein Rattenfänger lockt er mit falschen Versprechungen und redet seiner Community ein, dass sie seinem Weg folgen müssen. Das ist ein Symptom für das große Unglück, das es in unserer Gesellschaft gibt und in dem sich viele Menschen befinden. Doch anstatt das System zu kritisieren, politisch eine Veränderung anzustreben, sagt Kollegah, jetzt nimm dir einfach selbst ein möglichst großes Stück von dem Kuchen, das dir zusteht. Das ist diese, ich möchte es SUV-Brutalität nennen. Ja, man rüstet auf, man verpanzert sich und dann versucht man immer mehr die Ellenbogen auszubreiten und den anderen von der Straße zu drängen, damit man selbst der Sieger ist. Das ist das Prinzip Alpha und das funktioniert aber nur, wenn es nach wie vor eine Hierarchie gibt. Das ist ja das Paradoxe bei diesem merkwürdigen Alpha-Prinzip. Wenn alle, sagen wir 80 Millionen Deutsche, die Boss-Gebote befolgen würden, würde das Prinzip Alpha ja völlig ad absurdum geführt werden. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich erfolgreich, wir würden alle Alphas werden. Aber wer würde dann noch diesen Alphas dienen? Das Prinzip ist so aufgebaut, dass nur einige wenige es schaffen, die dann über die anderen herrschen. Ausgeklammert wird dabei auch interessanterweise alles Weibliche. Frauen sind eigentlich nur dazu da, dass man sie sich sozusagen als Schmuckstück dann irgendwann leisten kann. Es ist der verzweifelte Versuch, das Patriarchat ins 21. Jahrhundert zu retten. Dafür aber, davon gehe ich aus, werden die Frauen zu klug sein. Es gibt ein ganz interessantes Video, in dem Kollege dann auch sagt, dass er seinen Fans direkt helfen will. Und dann gibt es da einen 19-jährigen Tankstellenangestellten, der ein bisschen schluffig durch die Gegend läuft und aus dem will Kollege jetzt einen Boss machen. Und man fragt sich, was muss man als erstes tun, um ein Boss zu werden, um ein Alpha zu sein? Da erklärt Kollege, ein Alpha braucht ein Siegerlächeln. Also geht es zunächst einmal zum Zahnarzt, um sich die Zähne bleatschen zu lassen. Dann werden Klamotten gekauft, dann gibt es Kraftfutter für ein ordentliches Training, für den Muskelaufbau. Dann wird eine Nacht in einer Suite im Hyatt Hotel spendiert. Und schlussendlich sagt Kollege noch, ja, der Junge hat kein Geld, aber ich habe jetzt schon 500 Euro mit meinem neuen YouTube-Kanal eingenommen. Und diese 500 Euro, die schenke ich ihm doch. Das scheint ja großzügig zu sein, aber es erinnert an etwas. Es erinnert tatsächlich an Herrscher, die sozusagen ein paar Almosen verteilen, um selbst gut dazustehen. Und es erinnert noch an etwas anderes, an etwas, was ich das Citizen Kane-Prinzip nennen möchte. Der berühmte Klassiker von Orson Welles erzählt ja auch von einem Mann, der aus einfachen Verhältnissen kommt und dann zum Medienmogul wird. Und der sagt, ja, in meinen Zeitungen und so, da thematisiere ich natürlich Armut, da thematisiere ich die Unterprivilegierten. Aber ich vertrete die Unterprivilegierten, damit es nicht ein anderer tut. Das heißt natürlich, damit nicht sie selbst sich vertreten. Und wie in Citizen Kane ist es auch so, dass wir ja in Citizen Kane es erfahren, wie, wo Kane eigentlich herkommt, aus ärmlichen Verhältnissen. Und so inszeniert sich auch Kollegah. In einem Video fährt er in seine Heimat, in den Hunsrück, nach Simmern zurück und zeigt, wo er aufgewachsen ist, in ganz beschaulichen, schlichten Verhältnissen. Und dass er es aber jetzt geschafft hat. Und dann wird er dann dort auch von einigen Fans gefeiert. Kane macht daraus ein Geschäftsmodell, dass er die Unterprivilegierten vertritt, indem er ein Medienimperium gründet, um die Massen zu bespielen und sie zugleich unaufgeklärt zu lassen. Kollegah ist ein kleiner Citizen Kane. Seinen Erfolg generiert er dadurch, dass er den Unerfolgreichen einen Erfolg verspricht, der sich aber nicht einstellen wird. Auch wenn sie noch so viele Kollegah Bücher und CDs kaufen. Kollegahs Erfolg nämlich beruht auf dem Misserfolg seiner Fans, die sich danach sehnen, so zu sein wie er. Kollegah ist der Alpha, der darauf angewiesen ist, dass seine Fans lauchs bleiben. Ja, dies war ein Beitrag aus der Mediatheke. Es gibt noch weitere auf YouTube, diese hier zum Beispiel und noch viel mehr. Aber vor allem gibt es die Mediatheke auf Massengeschmack.tv jeden Samstag neu. Und Massengeschmack.tv ist ein Onlinesender mit vielen anderen interessanten Sendungen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. 14 Tage lang ist das Abo kostenlos. Also einfach mal unverbindlich testen. Bis gleich.